Das richtige Mindset, was dahinter wirklich steckt. Das richtige Mindset, was dahinter wirklich steckt. In dieser Episode möchte ich über etwas zu sprechen kommen, was ich in der Coaching-Szene doch immer wieder beobachte, gerade dann, wenn es um Geld, Marketing, Verkauf geht. Und da dieses Thema doch auch durchaus gewisse Parallelen hat mit den Geldaffirmationen aus der vorigen Episode und ich auch hier ganz gerne nochmal die gesellschaftliche Komponente ein wenig näher beleuchten möchte, würde ich vorschlagen, dass wir vielleicht auch mit dieser Grafik hier wieder beginnen können. Gerade deshalb, weil die im vorigen Video zugegeben nicht wirklich so gut waren, nicht ganz so anschaulich und das möchte ich ganz gerne ein kleines bisschen besser machen an dieser Stelle. Also, ich setze jetzt auch voraus, dass ihr mitbekommen habt, dass die Zinslast auf Produkte 30 bis 40 Prozent beträgt. Falls ihr noch nicht gehört habt, was Zinslast ist, falls für euch das ein Fremdwort ist oder wie ihr das hergeleitet habt, schaut euch die vorige Episode an. Ich verlinke das auch gerne unter diesem Video. Okay, steigen wir ein. Wir haben hier eine Grafik, eine Skizze, die in etwa die Gesellschaft widerspiegelt vom ärmsten bis zum reichsten Zehntel, sortiert nach ihrem Einkommen. Und wir stellen uns jetzt vor, wie das Konsumverhalten ist, na Konsumverhalten ist vielleicht zu viel gesagt, aber wie das Geld ausgegeben wird. Wenn wir jetzt die ärmsten Menschen haben, die werden ja alles Geld, was sie haben, werden sie ausgeben. Die reichsten Menschen wiederum, die werden sehr wahrscheinlich so viel Geld haben, dass sie mit dem Geld ausgeben gar nicht hinterher kommen können. Die können ihr Geld gar nicht komplett verkonsumieren. Das heißt, die haben dann nachher immer noch einen guten Teil übrig, den sie irgendwo auf die hohe Kante legen können. So, dafür zeichnen wir uns jetzt eine Konsumkurve ein. Und da ist es halt so, hier beim Einkommen, bei den Ärmsten ist es ganz oben. Bei den 2, 3 ärmsten Menschen ist es auch so ziemlich ganz oben an der Spitze, da gibt es eigentlich auch nichts, was zurückgelegen ist. Bei 3 fast eh nicht, bei 4 ist vielleicht ein kleines bisschen was übrig. Bei 5 ein bisschen, bei 6 ein bisschen mehr, bei 7 ein bisschen mehr, bei 8 ein bisschen mehr, bei 9 noch ein bisschen mehr. Und bei 10 wird es ungefähr hier ausschauen. So, und jetzt verbinden wir diese Punkte hier und haben hier die Konsumkurve. Und wenn wir jetzt auf die Zinslast zu sprechen kommen, ist es ja so, dass auf die ganzen konsumierten Produkte, also alles Geld, was wir dann sozusagen ausgeben, dass dort 30 bis 40 Prozent Zinsanteil draufliegt, Zinslast. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben hier jetzt bei den reichsten, ja, nehmen wir mal ein Drittel, 1, 2, hier 3. Dann machen wir hier die Zinslast. Und hier auch so ungefähr ein Drittel vom Konsum. Und dann versuchen wir diese Dinge mal so zu verbinden, dass alles so ungefähr ein Drittel ist. Zack. Und da haben wir dann hier die Zinslast vom ärmsten bis zum reichsten Zehntel. Wir sehen, dass absolut gesehen natürlich die reichsten Menschen am meisten Zinsen zu bezahlen haben in den Produkten, die sie konsumieren. Die ärmsten natürlich weniger. Nur, wir müssen das Ganze natürlich in ein Verhältnis setzen. Und das sind dann die Zinserträge. Jetzt ist es natürlich so, dass in dem Moment, wo der Mensch eigentlich keine Möglichkeit hat, irgendwelche Gelder zurückzulegen, um dann auf dem Bankkonto dafür Zinsen zu kassieren, wobei das auf dem Bankkonto natürlich mittlerweile schwierig ist, aber ich meine, wenn man sich überlegt, okay, Unternehmensanteile kaufen oder sonst dergleichen, das Geld anlegen, damit es Rendite erwirtschaftet, aber wir bleiben mal beim Begriff Zinserträge, dann haben die ärmsten Menschen, haben ja nicht wirklich diese Möglichkeiten. Das heißt, die Zinserträge bewegen sich hier zuerst an der Nulllinie und steigen danach dann vielleicht ganz leicht an und kommen dann so ungefähr hier im 2,3 Zehntel, schneidet sich das Ganze dann und dann geht das hier steil nach oben. Wie eine Rakete. Zinserträge, ZE. Und jetzt ist es so, dass wir natürlich zweimal eine Differenz haben zwischen Zinserträgen und Zinslast. Das eine Mal, hier bei den ärmsten 80% ist die Zinslast größer als die Zinserträge. Machen wir mal hier schön rot. Und das andere Mal sind die Zinserträge größer als die Zinslast. Und das, was hier natürlich naheliegend ist, wenn die einen Nettozinszahler sind und die anderen Nettozinsgewinner, dann finanzieren die ärmsten 80% letzten Endes auch den Reichtum der reichsten 10% mit. So, das Ganze kann man jetzt verurteilen oder einfach sagen, okay, das ist jetzt Bestandteil der Wirklichkeit. Und man kann sich fragen, woran das liegt. Liegt sehr wahrscheinlich auch an unserem materiellen Bewusstsein. Weil ansonsten würde man ja vielleicht auch Geld verleihen, ohne Zinsen zu verlangen. Da kann man sich einfach die Frage jetzt an dieser Stelle stellen. Und jetzt stelle ich mir, wenn wir jetzt aus Mindset zurückkommen wollen, stelle ich mir die Frage, wenn wir hier in den ärmsten 80% sind und da soll jetzt jemand sozusagen das Verkaufen lernen und man möchte ihnen jetzt das richtige Mindset an die Hand geben. Und in der Wirklichkeit ist es halt permanent so, dass die ganze Zeit das Geld zu den reichsten Menschen geschaufelt wird. Und ich meine, bei den Geld-Affirmationen ist das sowas wie eine Programmierung und beim richtigen Mindset ist das ja auch so, dass man dann da versucht, so über eine Affirmation oder über eine NLP-Programmierung, wie auch immer, versucht man dann, ja, den richtigen Glaubenssatz im Kopf zu verankern. Aber wenn dieser Glaubenssatz in einem Konflikt ist mit der Wirklichkeit und das ist ja auch etwas, was ich da auch schon angeführt hatte, wenn wir den grundlegenden Glaubenssatz haben und dann ziehen wir eine Schlussfolgerung nach der anderen und das ist dann in einem Konflikt mit der Wirklichkeit Hoppla, da ist was runtergefallen. Wenn ich hier jetzt versuche, etwas zu verändern und das versuche mit der Wirklichkeit zu harmonisieren, bekomme ich ja automatisch durch die Logik, die in mir greift und die vom grundlegenden Glaubenssatz ausgeht, dann bekomme ich hier ja einen Konflikt zwischen Schlussfolgerung 2 und Schlussfolgerung 3, was letzten Endes ja auf dem grundlegenden Glaubenssatz aufbauende Glaubenssätze sind, weil einfach die Logik in mir greift. Ich habe hier eigentlich zwei Wirklichkeiten, die sich gegenüberstehen und ich merke einfach, hier ist ein Konflikt drin. Und ich versuche jetzt aber hier das Ganze an der Grenze, wo die Dinge jetzt aufeinanderprallen, zu harmonisieren. Aber dadurch bekomme ich hier in der inneren Wirklichkeit, gegenüber der äußeren Wirklichkeit, bekomme ich einen Konflikt rein. Und jetzt ist es ja so, dass in dem Moment, wo ich hier feststelle, dass mein Glaubenssatz in einem Konflikt ist mit der Wirklichkeit, muss ich mich, ich wiederhole mich da, wie auch schon bei Episode 6 und 7, ich verlinke das wieder, wo ich das gesagt habe, dass ich dann natürlich gucken muss, okay, hat da entweder meine Logik auch wirklich gut gegriffen oder ganz nach vorne muss ich schauen, welchen grundlegenden Glaubenssatz trage ich hier mehr, welches Weltbild. Und wenn wir uns dann vergegenwärtigen, ja, in welcher Welt wir hier gerade drin sind, wo wir hier reingeboren wurden und worum es da vielleicht geht, dann sind es ja in erster Linie materielle Dinge. Und nun gibt es ja, ich sag mal, ganz grob gesagt, zwei Weltbilder. Das eine ist das Materielle, das andere ist das Spirituelle. Und dann gibt es ja natürlich auch viele Menschen, die sich in einem spirituellen Weltbild wähnen, was aber ein dialektischer Materialismus ist. Das Ganze hatte ich auch in Episode 13 mit drin, weil dann sich nämlich die Frage stellt, wer hat eigentlich vielleicht sogar ein Interesse daran, dass wir alle ein materielles Weltbild in uns tragen. Und da kommen wir dann nachher auf den Ariman, auf den Satan, auf den Teufel, der sagt, ja, juhu, super, wenn die Menschen alle materiell nur gepolt sind und an das Geistige gar nicht denken, dann kann ich in Ruhe im Verborgenen wirken. Und dann sehen wir hier diesen, wie soll ich sagen, diesen Teufelsplan, wenn man das so nennen möchte, wo die Gesellschaft einfach immer mehr in ein Ungleichgewicht gebracht wird, sprich Armutsschere, die sich immer weiter öffnet, und genau, da kann man sich dann die Frage stellen, wenn man jetzt davon spricht, von dem richtigen Mindset, wem dient man an dieser Stelle dann wirklich? Und wo man hier diese Menschen immer wieder in einen Konflikt reintreibt. Was dann jetzt noch dazu kommt, ist letzten Endes die Frage, was ist eigentlich der Mensch? Also, ist der Mensch jetzt eine biologisch funktionierende Maschine, so wie der Materialist das in erster Linie zu verstehen versucht? Wenn er eine biologisch funktionierende Maschine ist, dann kann man natürlich so Programmierung machen, so Umprogrammierung. Wenn er aber anstatt dessen eher, ich sag mal, ein geistiges Wesen ist, und sich zusammensetzt aus den drei Wesengliedern, Geist, Seele, Körper, und wir sind dann auch noch mit dem Weltbild gerade zu Gange, dass wir darüber nachdenken und es verinnerlichen, dass vielleicht auch so etwas wie Reinkarnation möglich sein könnte. Das heißt, als geistiges Wesen komme ich mal auf die Erde, bin dann in der geistigen Welt und komme auch mal wieder und danach gehe ich wieder in die geistige Welt, komme wieder, also, wo man dann so ein bisschen die Orte halt wechseln kann, wo man sich gerade aufhält. Und ich habe jetzt bei der jetzigen Inkarnation, habe ich so ein bisschen was mitgebracht, wo ich vielleicht spüre, in der Gesellschaft stimmt etwas nicht. Irgendwas liegt hier im Argen. Ich kann das innerlich erleben, aber ich kann es noch nicht umschreiben. Ich möchte an der Stelle vielleicht noch mal kurz auf den Trichter zu sprechen kommen, wo wir einerseits das Erleben haben, ja, und auf der anderen Seite brauchen wir halt den Begriff und diese beiden Sachen zusammen brauchen wir für eine Erkenntnis, um diese formulieren zu können. Und jetzt erleben sehr viele Menschen, dass irgendetwas hier nicht stimmt, aber sie können das Ganze in keinen Begriff packen. Sie können es nicht umschreiben. Deshalb fehlt ihnen die Erkenntnis, die Theorie, mit der sie arbeiten können und welche sie dann in einem Experiment überprüfen können, um dann festzustellen, ob etwas wahr oder ob es falsch ist. Und wenn wir jetzt annehmen, dass diese Menschen hier jetzt ein solches Erleben haben und das kann nicht wirklich umschrieben werden, aber stellen wir uns jetzt mal vor, da kommt man jetzt mit etwas geistig, seelischem, kommt man dann jetzt hier auf die Erde und merkt, irgendwas stimmt hier nicht und ich kann nicht so funktionieren, wie die Welt um mich rum das ganz gerne hätte. Ich bin ja keine biologische funktionierende Maschine. Und nun kommt ein Mindset-Coach daher und sagt, ja, pass auf, du hast hier einen falschen Glaubenssatz, den müssen wir mal eben ändern. Dabei werden dann gewisse Dinge nicht berücksichtigt, weil man sich dann auch die Frage stellen kann, okay, wenn man den verändert, was passiert denn da auf der geistig-seelischen Ebene, wenn man hier als nächstes wieder einen Konflikt hat. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle einfach die These in den Raum stellen, dass diese, ja wie soll ich sagen, dieser Trend zum richtigen Mindset, wenn es ums Verkaufen und ums Geld verdienen geht, einerseits natürlich uns irgendwo geistig-seelisch krank macht, aufgrund der ganzen Konflikte, die dort auftauchen. Und letzten Endes schlägt sich das dann natürlich, wenn man dann dort krank wird, auch auf der körperlichen Ebene nieder. und gleichzeitig möchte ich jetzt einfach die These in den Raum stellen, dass, ja, das ein arimanischer Versuch ist, also dem dient man dann ja am Ende, zweifelnde Materialisten wieder zurück in die Spur zu bringen. Kann man ja für sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Was anderes, was ich an dieser Stelle einfach anbieten möchte, ist, dass wir vielleicht auch nochmal drüber nachdenken, wie das steht mit Denken, Fühlen und Wollen, wie das zu sehen ist. Und da würde ich einfach vorschlagen, da schaut ihr euch die Episode an, wo ich das ein wenig näher erklärt habe. Das möchte ich an dieser Stelle nicht erklären. Das überlasse ich euch, ganz bewusst. Und um jetzt vielleicht das abzuschließen, also ich hatte jetzt Geldaffirmationen, Mindset, da sind ja noch ein paar andere Dinge, die noch kommen. Das heißt, es gibt Dinge, wo wir sozusagen wirklich in die Falle laufen, gerade dann, wenn das Bewusstsein Geld und Freiheit sucht. Dazu habe ich auch ein Buch geschrieben, was jetzt in den nächsten Wochen ja auch veröffentlicht wird. Und dazu gebe ich aber auch noch eine Facebook-Gruppe, wo wir uns dann vielleicht gegenseitig so ein kleines bisschen helfen können und wo wir dann vielleicht auch diese Aspekte denken, fühlen wollen, ein wenig näher auseinandernehmen, um dann vielleicht auch ein bisschen näher zu beleuchten und uns vielleicht darüber klar zu werden, wo wir uns da eigentlich die ganze Zeit, ich sage es mal, verscheißen lassen. Gut, das an dieser Stelle, das soll es gewesen sein. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch so ein kleines bisschen Anregung geben, warum es da Konflikte geben könnte mit dem richtigen Mindset und was da jetzt wirklich hinter steckt, gerade dann, wenn wir uns das mit dem Materialismus ein wenig näher anschauen. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch damit ein kleines bisschen was mitgeben und ich hoffe, dass ihr das Selberdenken hier auch nicht vergesst. Okay, bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020